Widock! 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 Jig! Jig! Jig, Jig. 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 Die Oise kommen aus der Europäischen Union, die sie nidieren, die Migration sind. Die Oise kommen in den Spanien. Die Oise kommen in der Mitte. Ich werde es mit einer Kartouche machen. Wir haben die Höhe der Höhe und wir ziehen ein bisschen, in der Bewegung. Das ist ein Prälövement, das ist nicht zu schädlich. Wir wissen, dass die Migrate, insbesondere die Palome, ist ziemlich niedrig, und in Prälövement, wenn die Leute eine 30-40 Euro in der Saison machen, Hier, in der Migration, das ist ein bisschen das Maximum. Untertitelung des ZDF, 2020